so das wichtigste zuerst wir verlosen dieses jahr auf der cmcx ein alexa skill für hubspot worum geht es wir sind dieses jahr als kammern rossi mit dem eigenen stand auf der cmcx vertreten und zwar als hubspot goldpartner und wir bringen was ganz neues mit ich glaube wir sind fast die ersten ich habe nicht überprüft aber ich habe noch von nichts anderem gehört und zwar haben wir eine anbindung von hubspot an alexa gebaut was kann diese anbindung beziehungsweise was kann der alexa skill ich gebe eine entsprechende news in meinem hubspot blog ein und menschen die alexa haben können entsprechendem alexa skill befehl diese news dann auslesen beziehungsweise sich jeden morgen an was immer ihr zu sagen habt auch über branchen trends und produkte oder ähnliche dinge wir haben hier mal eine test installation für uns selber gemacht natürlich mit hubspot news das seht ihr hier ist auch im skill store sozusagen bei amazon verfügbar und jetzt stelle ich mal die entsprechende frage alexa frage kann man rossi nach den neuesten trends zu hubspot hier die wichtigsten news der letzten wochen aus dem hubspot universum präsentiert von kammern rossi aus köln erstens installationen auf basis der sales pro lizenz erheben eine ganze reihe von updates so kann sich nach dem marketing nun auch der vertrieb in teams organisieren und zudem mithilfe der neuen sales automatisierung komplexe workflows bauen alexa stopp die sachen kenne ich alle schon also ihr seht prinzipiell wie es funktioniert das geht mit jeder hubspot installation und wir haben überlegt um das thema auch ein bisschen zu promoten dass wir eine version davon kostenlos für hubspot verlosen das ganze funktioniert folgendermaßen ihr schickt mir entweder an c.rossi.de oder hier per nachricht auf facebook twitter oder wo immer ihr das seht ein foto von eurer visitenkarte kommt am stand vorbei das wäre noch wichtig ich möchte euch einmal kennenlernen und so mittags am 7.3 auf der cmcx verlosen wir das ganze dann und wir richten das ganze dann komplett bei euch ein inklusive alexa anwendung inklusive formular und so könnt ihr dann ausprobieren wie das ganze funktioniert ich hoffe das ist interessant für euch ich bin schon ziemlich überzeugt davon dass dieser conversation oder voice commerce die zukunft ist insofern ist es auf jeden fall netter weiterer kanal und ich würde mich freuen euch auf der cmcx in münchen zu sehen bis bald tschüss